Wähle mich zum Sportstipendiat des Jahres, weil ich einfach Spaß am Beitsprung habe. Weil ich Commitment habe für meinen Sport und mein Studium. Weil ich beharrlich bin, auch wenn es Gegenwind gibt. Und weil ich mit Fokus auf jede neue Challenge arbeite. Wähle mich zum Sportstipendiat des Jahres, like dafür einfach dieses Video.